Du hast einfach Timmitt verraten. Yahoo! Ja! Leute, starken, ich hab Timmitt verraten! Ja! Ihr wisst den Hintergrund dazu nicht! Leute, schreiben, ich bin eine Snitch, aber es ist nicht so! Guck mal, wir gucken jetzt kurz dieses Video hier rein. Timmitt übrigens ist übel korrekter Typ, so mega nett. Ich kannte tatsächlich seine Streams noch nicht, also ich hab den mal so öfter mal vorbeikommen sehen auf Twitch. Aber in real life wirklich mega witziger Typ. ...heiden Sieg im Superfly in Aachen machen, mit einer kleinen Veränderung. Und zwar muss sich die Person am Ende auch berühren. Und die letzte Person, die noch da ist, kriegt 1000 Euro! Der hat das wirklich gemacht. Der Maxify hier, der sagt das so zwei Sekunden, ja, die Person bekommt 1000 Euro. So, dass alles nix wäre, der hat mir das... Äh, nee, jetzt spoilere ich schon, jetzt spoilere ich, das will ich ja gar nicht. Aber der ist das wirklich überwiesen an denjenigen, der gewonnen hat. Unsere Kandidaten für heute sind... Nee, two, no, am Start. Let's go, TJ, hi! Das war das erste Mal, dass ich in einem Video mitgedreht habe von einem anderen YouTuber. Betrüger, komm, ich erklär jetzt, was passiert ist und ich sag euch, dass ich keine Snitch bin! In den Kommentaren wird immer gesagt, ich bin eine Snitch. Oder doch, eigentlich bin ich eine Snitch. Ja, gut, ich hab gesagt, wo der ist. Aber ihr müsst den Hintergrund verstehen. Tuttenbämmen. Amanda, du bist nass. Timmy, ich werde gewinnen. I doubt it. Ihr habt drei Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Drei, zwei, eins. Ich hab das Squid Game gesagt, warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Drei, zwei, eins. Ich war mir schon an. Ich war mir schon angesagt. Alter, ich war so verloren. Es geht los. Erstmal Chips holen. Das ist das Wichtigste. Leute, wir brauchen Chips, um im Versteck nicht zu verhungern. Einen schwarzen Hoodie brauche ich. Den brauche ich. Ich nehme jetzt einfach mal Dinge mit. Am Anfang haben wir schon, so, wir waren lange in der Halle, so. Wir waren richtig lange in der Halle und haben schon Sachen vorbereitet. Und während den Vorbereitungen hat jeder sich schon sozusagen ein Versteck eigentlich rausgesucht. So, wenn man die Zeit hat und man kann 1.000 Euro gewinnen, natürlich bereitet man sich da ein bisschen gut darauf vor. Deswegen wusste ich auch direkt, was ich machen möchte. Ich habe mir dann direkt diesen Hoodie da genommen. Ich nehme jetzt einfach mal Dinge mit. Keine Ahnung, was die machen. Oh, Junge, ich komme mir nicht durch. Boah, drei Minuten sind echt lang, du. Scheißendreck, Scheißendreck. Oh mein Gott, ey. Wir hier einfach keine Chips sind. Wir haben eben schon die ganze Zeit Verstecke gesucht. Und die ist nicht mit Timit und mit TJ hier, oder? Jetzt haben wir alle dasselbe Versteck. Ich schlafe jetzt hier und verstecke mich da rein. Guck, hier. Ich habe diesen Hoodie genommen, weil ich dachte so, 5 Millionen IQ, dass ich mich hier unter diesem Tisch verstecke. Unter diese, das ist so eine Tisch, äh, keine Ahnung, so ein Bettbezug, Mann. Ach, kein Plan, Alter. Äh, dass ich dann hier reingehe, reinkrabbel und dann halt mich hier so ein bisschen hinhocke. Gebt mich da rein. Okay, ich versuche jetzt. Deswegen habe ich auch diesen Hoodie geholt, um mir den dann über mein Gesicht zu, äh, zu, äh, zu stecken, zu schieben. Ach, ich bin so dumm. Ich bin richtig verloren gerade. Normalerweise bin ich nicht so dumm. Okay, ich versuche jetzt hier rein zu gehen. Leider, leider geht das nicht, weil ich zu fit bin. Ja, da war zu wenig Platz. Ich bin nicht dick. Drei Minuten gleich vorbei, ne? Okay, dann geh du doch da. Der wird niemals herausfinden, dass wir im Lager sind, Leute. Nee, man sieht leider nichts. Hört euch meine Stimme an. Also, ich war, ich bin dann unter diesem Tisch gegangen und das war mein Versteck, so. Das war eigentlich mein OG-Versteck. Problem war nur, ich konnte nicht rein. Deswegen muss ich schnell mir was anderes suchen, so. Jeder hatte schon ein Versteck vorgeplant. Aber ich wusste halt nicht so, was ich jetzt mache. Bin dann in, äh, in so eine Küche gelaufen und hab mich in einen Schrank versteckt. Ich bin hier gerade in einem Schrank drin. Oh mein Gott, Alter, ich bin einfach die Einzige, die sich noch nicht versteckt hat. Okay, Licht ist angegangen, das ist das Lager. Jetzt darf ich mich einfach die ganze Zeit nicht verwegen. Ihr versteckt mich hier hinter. Nee, hier hinter und hoffe, dass er mich jetzt nie wieder sieht. Soll ich hier durch oder nicht? Komm ich hier durch? Ich hab ne Stauballerie, das ist nicht gut. Egal, die tausend Euro gehören mir. Drei, zwei, eins. Hi, let's go. Oh shit, oh shit, das ist voll still, okay, okay. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Ab jedem neuen Abo spende ich 10 Cent. Ohne Witz, der macht das wirklich. Wenn der irgendwas im Video sagt, so, ich spende da Geld, ich mach das, der macht das. Deswegen könnt ihr gerne abonnieren und dann spendet ihr 10 Cent an, keine Ahnung, woran auch immer. 10.000 Leute abonnieren? 1.000 Euro. Mitten in der Ecke. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass da jemand ist. Übrigens, richtig krass, die Leute, die das hier geschnitten haben, so, die haben einfach diese Halle nachgezeichnet. Wer glaubt, die wird zuerst gefangen? Schatz, wo unten bin ich auf dem Fahrer? Ich hab eine Stunde Zeit, oder? Ungefähr eine Stunde. Hallo? Ist hier oben jemand? Hallo? Ist hier oben jemand? Kann sein, dass Mexi gerade auf Dimit draufgesprungen ist. Weil Dimit genau unter der Trampolinbahn ist. Ich hab nicht verkackt, lass das, das Ding. Andere Seite, wir gehen zur anderen Seite. Stellt. Shit, hier ist niemand, hä? Ich dachte, hier ist jemand. Warte mal, kann man hier aufsehen? Wenn man hier in diesem Raum reinkommt. Guck, da ist diese Küche und hier ist dieser Abstehraum. So, ich muss da jetzt spontan irgendetwas Neues finden, weil das unter diesem Tisch nicht ging. Ich sag euch jetzt, warum es kacke ist. Weil wenn Mexi hier reinkommt und einen Schrank sieht, der übel groß ist, dann macht er den ja natürlich auf. Das heißt, wenn er hier in diesen Raum reingekommen wäre oder reinkommt, dann hab ich verloren. Hab ich eigentlich so gut wie verloren. Mexi macht die. Nito, bist du klein? Nein, ja, ich bin klein, ich bin 1,67. Leute, ich wollte nur sagen, die erste Person wurde gefunden. Der Sam, der Sam, Mike. Er ist in der Sonne, auf vier Spiele. Gut, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz da hinten, bei diesem ganzen Schaumstoff. Da ist jemand reingegangen. Wenn da jemand reingegangen ist, dann weiß ich auch nicht. Mexi, du willst mich niemals finden. Ich hab das legit beste versteckt. Ich bin hier in Ix und Absterre und Leute verstecken sich unter den Trampolinen wahrscheinlich. Es hält jetzt von irgendwo so eine Kamera raus. Wie viel Zeit haben wir noch? Du bist gerade bei sechs Minuten. Sechs Minuten? Eine Person hab ich schon. Also, da muss ich trotzdem noch. Ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand hochgeht. Okay, ich hab den Plan. Mare Cafeteria. Da hinten wird es hält jemand sein. Mare Cafeteria, es hält. Timel. Tim. Machen. Wie genau. Hallo. Okay, also da hätte sich hier jemand versteckt, dann ist es echt schwarz gewesen. Mare Cafeteria, safe. Hallo. Hat sich hier jemand versteckt? Ich hoffe, hier ist niemand auf der Toilette. Hey, das wäre so asig, wenn ich jemand auf dem Klo stehe. Der ist ganz bei mir in der Nähe. Als er hier war, habe ich ihn gehört. Dann habe ich Herzrasen bekommen. Beschlossen hat, ne? Aber hier. Auch niemand, ne? Also, wenn die anderen drei allein versteckt sind, dann würde ich meine. Die waren halt alle wirklich da zu dritt. Ich brauche ein besseres Versteck. In diesem Schrank habe ich gesagt, ich brauche ein besseres Versteck. Aber der Schrank war scheiße. Deswegen war ich im Überleben, entweder ich bleibe jetzt in diesem Schrank drin oder ich nehme das Risiko und laufe hier raus und verstecke mich irgendwo neu. Und dann habe ich gesagt, okay, für Content. Es wäre übel langweilig fürs Video, wenn ich die ganze Zeit in so einen dunklen Schrank mich verstecke. Bin ich hier rausgegangen, habe mich hier hingeschlichen, um zu schauen, ob der hier kommt. Und dann in dem Moment, ich schwöre es euch, kam der. Der kam. Und dann bin ich so ganz vorsichtig zurück. Und dann habe ich mich hier hinter dieser Mülltonne versteckt und gewartet, bis er wieder weg war. Da. Und dann habe ich mich hinter diesem Bild versteckt. Halber Duden. Spots, wo sie sein können. Da müssen sie sein. Wenn sie da nicht sind, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Hallo. Genau, hier bin ich. Genau da. Hinter diesem Bild bin ich einfach, Alter. Das wäre so ein Need-to-Know-Versteck. Die haben gedacht, ich bin in diesem Schrank drin. Sagen sie, es wäre ein Need-to-Know-Versteck. Dabei sitze ich hinter so ein Scheißbild, Mann. Und ich dachte wirklich, ich habe verloren, als der kam. Weil ich dachte, man kann die durchschauen. Das wäre so ein Need-to-Know-Versteck. Ja, wirklich. Ich bin irgendwie ein bisschen gespannt. Ich würde gerne wissen, wie es denen gerade geht. Haben die Angst, zittern, die weinen, die... Abschließen. Aber auch abspülen. Weezo? Ich dachte, wenn ich Weezo sage, kriege ich von Ju einen Stink oder so. Das wäre cool gewesen, aber... Nee. Also ich sage mal so, falls jemand in diesem Schaumstoff-Ding drin ist, ich komme jetzt angeflogen. Nicht auf hier ist niemand. Irgendeine Sache übersehe ich bei den Ganzen. Okay, Leute. 20 Minuten sind rum, ich finde einfach niemanden. Ein kleiner Weg, ich möchte hier verstecken. Jetzt ändern. Ihr habt drei Minuten Zeit. Viel Spaß. Weil er uns nicht finden konnte und drei hat er gesagt, versteckt euch nochmal neu. Eigentlich habe ich das schon gemacht. Ich bin ja hinter diesem Bild gegangen. Und wo ist Tinnit? Krank. Er hat jetzt nur eine Person gefunden. Eine nach 20 Minuten. Das könnte actually was werden. Ich verstehe nichts. Ich muss mich neu verstecken. Ich schwöre es euch, ich habe da nichts verstanden. Hinter diesem Bild habe ich nicht verstanden, was der Maxi da gesagt hat. Und dann habe ich echt, ich schwöre es euch, ich habe geraten, dass er gesagt hat, dass wir uns neu verstecken müssen. Ich verstehe nichts. Ich muss mich neu verstecken. Ich muss jetzt gefühlt jedes Versteck nochmal neu durchsuchen. Wo ist Tinnit? Ja, weiß ich auch. Wollte ich mal der E-T-Mits schreiben? Drei, zwei, eins. Tinnit! Das war übel random. Das war vorher die coole Idee. Ich dachte so, scheiße, dann findet ihr uns. Habe ich verloren, aber naja, egal. Trotzdem cool. Scheiße. Warte mal. Tinnit! Tinnit! Hier habe ich was gehört gerade. Natürlich, als wir das geschrien haben, sind wir weggelaufen in dieses Lager rein. Hier ist dieses Lager, der geht, pass auf. Wir sind dann da reingerannt zu dritt und Ju und TJ waren die ganze Zeit so am Kischern, so am, am, hi, hi, oh, so, äh, aber ich war so richtig ernst, so wirklich ernst, ernst, weil ich heute das Ding gewinne. 1000 Euro ist voll viel Geld, Mann. Die sind hier, die beiden sind die Treppen hochgelaufen und dann wollte ich mit denen mitlaufen und dachte mir so, nee, Alter, wenn ich jetzt mit denen mitlaufe, dann werde ich gefunden. Weil das wäre auch blöd, wenn wir zu dritt im selben Versteck sind, dann werden wir alle drei gleichzeitig gefunden. Das ist ja auch blöd für Content, deswegen bin ich runtergelaufen, obwohl in dem Moment kam Maxify schon um die Ecke, deswegen bin ich nochmal runtergelaufen, bin ich dann unten versteckt, anstatt oben, wo die beiden sind. Da würde ich versuchen, unsere Leiterinzüge wirklich zu sein, damit ich dieser gewisse Maxify nicht finden kann. Eine Leiter, auf die wohl irgendwer benutzt hat? Hier ist niemand. Da hängt jemand oben. Oh, ich würde mich mit der Masse verschränken. Egal. Lauf. Egal. 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 Da wurden die beiden gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal. 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 Sie sind safe. Ich hab den Plan, wie ich sie rausbekomme. Okay. Herr Zwecke, ich bin mit Absicht nicht mit dem Bein mitgelaufen, weil ich wusste, dass wir beide gefunden werden. Hört euch an, wie ich am Flüstern bin. Ich war voll in diesem Game drin. Die sind da am Kichern und. Und ich bin so richtig leise, ich nehm das so richtig ernst. Okay Leute, Tims Jacken und Julian Bam wurden gefunden. Das heißt nur noch Need to Know und Tims sind da. Ihr müsst jetzt was spannender machen, würde ich sagen. Ihr müsst auf die Kampffläche kommen, innerhalb von zwei Minuten und euch da irgendwo verstecken. Ihr habt Zeit in 3, 2, 1, los. Wohin geht's? Und jetzt mussten wir uns halt bei den Trampolinen verstecken. Man kann sich da nirgends verstecken, außer in diesen Schaumblöcken. Ich bin jetzt in diesem schwarzen Haufen drin. 5, 4, 3, 2, 1. Es geht um 1000 Euro, ne? Ich wollte es aber gesagt haben. 1000. Danke. Oh, es macht so Spaß, Junge. Es ist so aufregend. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, okay? Mexi freut sich. Guck hier, wir mussten uns jetzt einfach hier in dieser Springhalle verstecken. Also auf dem Mainfeld. Timmit, hier ist es los. Wer seid ihr? Ich bin mir sicher, einer ist jetzt in dieses Schraumblöck hingegangen. Ich muss niesen, verdammt. Ich habe eine Stauballergie. Bleib drin, bitte. Bleib drin. Ist hier jemand? Hallo? Das ist legit das dümmste Versteck. Aber die dümmsten sind die besten. Das sind meine 1000 Euro. Guck mal, wie er sagt, hier sind meine 1000 Euro. Was meinst du, Timmit? Ich finde niemanden. Ich überlege gerade auf dich. So mache, dass man die sehen muss, dass ich sie fangen muss. Guck hier. Pass auf. Ab hier fängt es an mit dem Verräter. Jetzt erzähle ich meine Story. Jetzt erzähle ich meine Story. Wir haben uns alle auf der Fläche versteckt bei den Trampolinen, wo man halt spielt. Der hat uns trotzdem nicht gefunden. Wirklich, der hat lange gesucht. Vielleicht 20 Minuten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir waren beide in diesen Schraumblöcken drin. Der hat uns nicht gefunden. Hat er gesagt... Ich überlege gerade auf dich. So mache, dass man die sehen muss, dass ich sie fangen muss. Dass man sie sehen muss, dass ich sie fangen muss. Der macht jetzt Ansage. Oh, Blöcken ist mir so warm. Ich kriege keine Luft mehr. Die Mainfläche... Ich habe gefühlt alles auf der Mainfläche gerade abgesucht. Kann ich sagen, dass hier noch jemand ist? Bin ich so blind? Denkt ihr Need to Know? Rennt hier gerade rum, während ich hier einfach nur entspannt liege? Die Zeit tickt. Die Zeit tickt. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ist hier jemand auf den Treppen? Wir machen eine neue Ansage. Ich habe die Idee. Okay, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich finde euch einfach nicht. Ihr seid extrem gut versteckt. Deswegen würde ich sagen... Macht euch gerne mal öffnet sich auf der Mainfläche, hier rutscht die Fangenack jetzt. Das ist doch viel schöner, oder? Dann müsst ihr schön laufen. So, wir mussten rauskommen aus unserem Versteck, damit ihr uns sieht und uns fangt halt. Dass wir weglaufen vor Maxi. Ich komme hier raus. Da komme ich raus. Ich komme auch ohne Brille raus. Man sieht, ich habe keine Brille auf. Mein Knopf von der Hose war ab. Das heißt, sie rutschte mir die ganze Zeit drunter. Als ich hier rauskam, rutschte mir die Hose die ganze Zeit drunter. Und ich habe in diesen Schaumblöcken meine Socke verloren. Macht euch bereits in den Augen! Niemals! War in dem Schaumstoff war drin? Jetzt wird schuldig. Lauf erst ab oben, bitte. Ich will mich nicht maulen. Ich glaube, in den 10 Minuten muss ich eine Person fangen. Wenn nicht, dann bin ich einfach wack, Alter. Meine Hose wutscht mir runter, verdammt. Hanni, seh dich! Möchtest du vielleicht laufen? Schau mal! Ich bin so weggerannt von meinem Leben. Ich schwöre es euch. Bitte fang ihn doch einfach. Fang ihn doch einfach. Ich bin hier hochgelaufen. Pass auf, das sieht man zwar nicht, aber das ist mega hoch. Und ich bin da runtergesprungen auf den normalen Boden. Junge, ich bin viel Zeit dafür. Okay, so jetzt da. Ich habe ihn verraten. Ja, okay. Ich habe ihn verraten, okay? Sag es ruhig! Sag es ruhig! Ding ist... Okay, jetzt erzähle ich. Er hatte gesagt, ihr müsst euch zeigen und ihr müsst vor mir wegrennen. Ich bin aus meinem Versteck rausgegangen und bin weggerannt. Man sieht es nicht im Video, aber das hat so lang gedauert, dieses Wegrennen. Der ist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen. Und ich konnte nicht mehr. Dann bin ich auf diesem Dings gesprungen und bin da runtergesprungen. Ich habe mich an meinem Fuß verletzt danach. Also wirklich. Ich hatte richtig Schmerzen an meinem Fuß. Und ich war so aus der Puste. Meine Hose... Ich rannte die ganze Zeit. Ich schwöre es euch. Ich war am Wegrennen durch diese Halle mit einer Socke, die ich verloren habe. Mein Knopf, der auf war. Und einen verletzten Fuß. Und meine Brille hatte ich nicht auf. Weil die habe ich auch verloren in diesem Schaumbad. Das heißt, ich konnte auch gar nichts sehen so. Ohne Brille sehe ich übel verschwommen. Das heißt, ich muss auch gucken, wer von diesen Leuten jetzt Maxify ist, von wem ich jetzt wegrennen muss. Ich bin dann so weggerannt. Mit meiner Hose habe ich die ganze Zeit so gehalten. Und die Socke, die mir abgefallen war, das war so eine Socke von Superfly. Diese rutschfesten Socken. Das heißt, an einem Fuß hatte ich die noch an. Die andere Seite bin ich die ganze Zeit so weggerutscht ein bisschen. War die Socke da, weil ich die verloren hatte. Unter diese Superfly Socke hatte ich noch meine normale Socke an. Deswegen war eine rutschfest und die andere nicht. Deswegen bin ich wirklich, ich schwörst euch, ich konnte nichts sehen. Mein Fuß tat weh und ich hatte eine Socke weniger. Deswegen, ich bin so gelaufen so. Die ganze Zeit mit, ich, äh, das war übel, übel. Und dann nach einer Zeit war ich richtig aus der Puste so. Und dann hat Maxify so gesagt. Guck mal, wie die hier alle sagen, oha, ist ich hier runtergesprungen. Das war wirklich hoch. Junge, ich bin viel Zeit dafür. Und dann hier. Man sieht es nicht im Video, aber Maxify hatte so gesagt, sag mal, wo Timit ist. Sag mal, wo der ist. Und ich wusste, von Anfang an wusste ich, wo Timit war. Ich bin da 10 Minuten weggerannt und wusste die ganze Zeit, dass er sich versteckt und ich hier wie so ein Vollidiot wegrenne. Ich wusste die ganze Zeit, wo der war. Aber ich hab nie was gesagt. Und dann an diesem Punkt hier, man sieht auch, guck. Und dann hab ich so dahin gezeigt in diese, in diese Ecke. Ich hab nicht gesagt, wo der ist, dass er jetzt da oben drauf ist. Ich hab nur die Richtung gezeigt. So, ich hab die Richtung gezeigt, dass er da in der Nähe ist. Weil an diesem Punkt, mein Fuß tat weh. Ich konnte nicht mehr rennen. Das heißt, entweder Maxify fängt mich und ich verliere. Oder ich sag, wo Timit ist und hab noch ne Chance. Und dann hab ich halt da hingezeigt. Weil, komm schon, so ein 1000 Euro. Come on. Wer will das nicht haben, Mann? Ich hab nicht, im Video sieht man das nicht, aber Maxify hatte mich so gefragt, wo ist Timit. Ich hab da nicht einfach so hingezeigt. Hätte er nicht gefragt, wo der ist, hätte ich niemals gesagt, wo sich Timit versteckt. Weil ich wusste von Anfang an, wo der war. Aber ich hab's halt nie gesagt, obwohl ich halt so Schmerzen hatte. Aber dann in dem Moment sagte Maxify, sag mir, wo der ist. Und das war jetzt so die perfekte Chance, so endlich mal ne Pause zu haben. Ich war da so wie ein Hühnchen, bin ich da vor Maxi die ganze Zeit alleine weggerannt. Und der chillt da in der Ecke, Mann. Der chillt da einfach auf diese Rutsche, Mann. Und ich renne die ganze Zeit weg wie so ein... Hey, na? Ich kann ihn nicht weg, Maxi. Wie fühlt sich das an? Nein. Maxi sagt, ich kann nicht weg. Wie fühlen Sie sich? Ergeben. Ja, wir haben einen Gewinner. Die Person, die einfach nur weg drauf ist. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Wer gewonnen hat, Barra Challenge. Need to know. Yes, 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 yes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, und dann habe ich halt auch noch... Habe ich gewonnen. Äh, nein. Ihr müsst das nicht so ernst nehmen. Das ist egal. So, im Video ist das halt sehr schnell geschnitten. Deswegen hat man auch nicht viel Kontext, worauf sich das jetzt bezieht und so. Timmit ist ein cooler Typ. Es kann auch sein, dass er das nicht gehört hat. So mit diesem, ihr müsst jetzt vor mir wegrennen. Weil am Anfang habe ich ja auch nicht diese Durchsage gehört. Es kann auch sein, dass er das nicht gehört hat und dachte, er muss sich wieder neu verstecken. Das war ein bisschen blöd mit den Durchsagen. Man konnte es wirklich manchmal echt nicht hören. Ähm. Aber ja. Das dazu. Was machst du mit den 1000 Euro? Ähm. Gar nichts habe ich damit gemacht. Das ist auf mein Paypal. Und, ähm. Ja. Was soll... Muss man das direkt ausgeben? Äh. Das, äh. War das Video. Das ist mein Statement dazu, dass ich Snitch genannt werde. Äh. Schaut gerne bei... Bei Maxify und Timmit vorbei. Ähm. War ein sehr gutes Video. Habe ich vergessen zu sagen. In der Reaction. Und ich liebe euch beide. Kuss geht raus. Bis dann. Abonniert auch. Das wäre auch nice. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.